Großeinsatz der Feuerwehr Zwei Wohnhäuser brennen in Herrenberg-Gülstein In Herrenberg im Kreis Böblingen läuft aktuell ein Großeinsatz der Feuerwehr. Im Stadtteil Gülstein brennen zwei Gebäude. In Herrenberg-Gülstein brennen zwei Wohnhäuser. Laut einem Polizeisprecher hat das Feuer von einem Haus auf das andere übergegriffen. Über Verletzte ist momentan noch nichts bekannt. Auch nicht, was den Brand ausgelöst hat. Wegen der Rauchentwicklung werden Anwohner gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Verkehrsbehinderungen wegen Straßensperren möglich. Rund um den Brandort kann es zu Straßensperrungen und Verkehrsbehinderungen kommen. Außerdem ist momentan auch die Straße zwischen Nufringen und Kuppingen gesperrt. Dort brennt ein Auto. Rund um denn Öffersen. Rund um den Brandort kann es zu perturbieren. Sicher ist mein Trauchentwicklung. Anwohner und Kuppurenswerter.